Moin, hier ist Bastian von Teistel, dem Brettspielkanal und heute mit einem Regelvideo, nämlich dem Regelvideo zum neuen Spiel von Splotter, Horseless Carriage. Und ich habe es sehnsüchtig erwartet, es war auch schon auf dem Tisch. Den Eindruck gibt es erst im nächsten gespielt Video oder ich mache ein eigenes Video dazu, das muss ich mal schauen, aber die kompletten Regeln findet ihr schon hier, so dass ihr euch auch schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen könnt und was ihr für einen Eindruck habt von dem Spiel. Ob ihr gut mit den Regeln klargekommen seid, das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Auch sollte mir ein kleiner Fehler unterlaufen sein, kann immer mal passieren, immer rein in die Kommentare, wird dann von mir angepinnt und natürlich sollte euch das Video gefallen haben und ihr es für euch gut gebrauchen konntet, dann würde ich mich natürlich über ein Gefällt mir oder ein Abo freuen oder natürlich könnt ihr das auch in den Kommentar lassen. Sowas bringt den Kanal immer weiter und ist gern gesehen. Dies ist der Spielaufbau von Horseless Carriage und wie in so vielen Splotterspielen geht es darum, am meisten Geld am Ende generiert zu haben und das sehen wir hier auf dieser Wealth Accumulation Leiste. Dann haben wir hier das Planungsbüro und wir haben hier die historische Fokusleiste und die aktuelle Fokusleiste. Das ist nachher von entscheidender Bedeutung dafür, wer in welcher Phase starten darf mit seinen Handlungen. Entweder man hat halt den Fokus auf Engineering oder hier auf Sales, auf den Verkäufen. Außerdem sehen wir hier im Planungsbüro noch die Menge an Planung anhand dieses Gantt-Diagramms. Hier ist es kein Diagramm, sondern einfach nur eine Leiste. Diese Stechuhr, die wir hier sehen, die beziehen sich auf die Menge der Runden oder beziehungsweise auf das Spielende. Wir starten bei einem Dreispielerspiel hier bei 24 und immer wenn wir eine Stechuhr sehen, eine Karte ausspielen oder hier vorrücken auf so einen Stechuhrmarker, dann geht diese Stechuhr ein weiter nach unten. Hier haben wir eine Leiste für die Minimum Specifications und die werden nachher etwas höher gesetzt. Was es damit auf sich hat, da komme ich noch drauf zu sprechen. Und dann haben wir hier unsere Produktionskapazität. Das heißt, wie viel eine Produktionslinie von unseren Produktionslinien, die wir in einer Fabrik aufgebaut haben, überhaupt produziert. Momentan kann jede Produktionslinie halt nur ein Auto produzieren. Wir gehen aber nachher hier natürlich auch noch weiter nach oben. Außerdem sehen wir hier die verschiedenen Quadranten, in denen wir Autos verkaufen. Hier 1, 2, 3, 4. Momentan verkaufen wir hier auf Quadrant 1 Autos und was nicht direkt in der Spielanleitung im Aufbau zu sehen ist, das mache ich hier mal live. Wir schauen uns diese schraffierten Flächen an und dieses Auto oder diese schraffierte Fläche, die am weitesten auf dieser rechten Seite ist, Richtung 4 hoch, da kostet jedes Auto 6 Dollar. Das heißt, da können wir am meisten Geld mit machen. Wir platzieren also dieses 6 Dollar Schild einfach hier irgendwo, wo gerade Platz ist. Würden nachher hier Autos weiter rechts liegen. Darauf gehe ich nachher aber auch noch ein. Beispielsweise hier würde ein Auto liegen. Dann würde man hier anfangen und das Nächste, wo die Autos sind, dann würde es halt bei 4 sein. Bis auf 2 geht das Ganze runter. Aber wir starten hier mit 6 Dollar. Dann haben wir hier unsere Forschungsleisten. Zwei werden direkt am Anfang des Spiels hier hingelegt, an den Spielfeldrand. Das wird ausgelost, was am Anfang hier startet. Und die anderen Forschungsleisten, die kommen weiter abseits des Spielbrettes. Die kommen später auch noch ins Spiel, sind aber auch hier für die Minimum Specifications von Bedeutung. Gehe ich auch noch darauf ein. Wir haben hier drei verschiedene Arten von Automobilen, die wir herstellen können. Wir haben normale Autos. Wir haben Lastwagen und Sportwagen. In der Anleitung steht, dass selbst erfahrene Strategiespieler vielleicht erst mal anfangen sollten, nur mit den Autos zu spielen. Kann man natürlich machen. Aber ja, das volle Spielerlebnis gibt es dann mit allen drei verschiedenen Arten von Autos und ihren zugehörigen Produktionslinien. Dann haben wir die Marke für das Forschungsbüro und für die Planung. Die können wir auch auf unseren Fabriken dann zusammenpuzzeln. Je mehr Planung wir hier haben, desto höher sind wir halt in diesem Gantt-Diagrammleiste. Und je mehr Forschung wir haben, ja, darauf komme ich gleich auch noch zu sprechen. Dann haben wir hier diese Cubes in den verschiedenen Farben. Man sieht schon, die sind äquivalent zu den verschiedenen Forschungsleisten. Wir haben hier die Lila oder Rot, wie auch immer. Das zeigt eigentlich an, was unsere Produktionslinie nachher produzieren kann. Ich sage mal, eine Produktionslinie, was das überhaupt ist. Wir haben hier so einen Automarker nachher in unserer Fabrik liegen. Das hier ist die Produktionslinie. Genauso können wir natürlich auch noch ein zweites Auto produzieren, wenn das sinnvoll ist. Dann haben wir zwei Produktionslinien, die halt diesem Auto zugehörig sind. Wir können natürlich auch unterschiedliche Produktionslinien, LKWs, Autos haben. Dann legen wir die verschiedenen Autoteile bereit. A, B, C, D. Und die haben hier noch kleine Zahlen auf sich. Dafür sind diese Spezifikationsindikatoren gedacht, die wir hier liegen haben. Wenn wir hier so eine blaue Zahl haben, dann wird im Laufe des Spiels halt so ein blauer Pfeil, der hier auch mit dieser gleichen Schraffur ist rangelegt. Muss nicht hier direkt hier rangelegt werden, kann auch irgendwo anders rangelegt werden. Komme ich beim Puzzleteil nochmal drauf zu sprechen. Und dann haben wir hier Bedarfsmarker. Das sind diese kleinen Marker hier. Wir werden im Laufe des Spiels Karten ausspielen und werden dann diese Bedarfsmarker irgendwo hier platzieren in die Ecke. Und da sieht man immer, dass der Bedarf hier grundsätzlich da ist. Da werden dann neue Autos platziert. Diese Autos, die hier liegen, sind in dem Fall keine produzierten Autos, sondern das ist die Nachfrage, die herrscht. Also im Prinzip ein Käufer. Hier haben wir einen potenziellen Käufer für einen Personenwagen und hier einen potenziellen Käufer für einen LKW. Das sind also entweder die Käufer oder das sind die Autos, kann beides darstellen. Dann haben wir unseren persönlichen Bereich. Unser persönlicher Bereich steht aus unserem Fabrikteil. Und wir bekommen auch gleich am Anfang schon so ein Forschungsplättchen und ein Planungsplättchen, was wir gleich verpuzzeln müssen nach den Puzzleregeln. Wir haben hier eine Marketingabteilung. Grafisch geht so gelungen, finde ich. Aber darauf kommt es nicht an. Je mehr Marketing wir machen, desto höher, größer wird unser Marktfenster. Und diese Marktfenster, das sind diese Teile hier. Ich lege sie mal hier auf das Brett, damit man das ein bisschen sieht. Haben verschiedene Größen. Und die normalen Größe ohne jetzt so eine Marketingabteilung wäre halt hier dieses kleine Marktfenster. Haben wir eine Marketingabteilung, haben wir so ein größeres, haben wir zwei Marketingabteilungen. Dann haben wir schon das ganz große Marktfenster. Können wir übrigens nachher platzieren, wie wir wollen. Ob senkrecht oder waagerecht, bezieht sich natürlich auf dieses hier. Darauf komme ich gleich beim Verkauf auch noch zu sprechen. Ich hatte eben schon von den Spezifikationsindikatoren gesprochen, was die eigentlich tun oder wo sie angelegt werden. Hier habe ich das mal in so eine Plastikbox, Sortierbox reingepackt. Die ist nicht im Spiel vorhanden. Ich finde aber, die bietet sich sehr gut an. Ein bisschen zusammenschneiden, das Ganze. Dann passt das auch gut in die Schachtel. Und hat ein bisschen mehr Übersicht in der Schachtel. Es sind sowieso schon sehr viele kleine Tütchen vorhanden. Und wie so typisch bei Splatter-Spielen ist es schwierig, das so einzusortieren, dass es auch wieder alles vernünftig zugeht. Ist ein weiteres Puzzle, was sie mit eingebaut haben. Ist halt auch eine kleine Herausforderung. Dann haben wir hier die allgemeinen Bedarfskarten hier. Die werden ab drei Spielern relevant. Bei zwei Spielern kommen sie gar nicht zum Einsatz, denn die werden nachher bei weiterem Bedarf gezogen. Und es werden je nach Spielerzahl Karten abgezogen, wie viele gezogen werden. Und wir haben für jeden Spieler weitere Fabrikteile hier. Und diese Fabrikteile, das sind sechs Stück pro Spieler. Und man muss am Ende seiner Bastelrunde, seiner Puzzlerunde, ein weiteres Fabrikteil anlegen. Das heißt, sind keine Fabrikteile mehr da und kann nichts mehr angelegt werden. Dann ist das Spiel auch zu Ende. Das heißt wiederum, wenn dieser Stechuhrmarker nicht ein bisschen nach unten gegangen ist und umgedreht wird, im Finish, dann ist das Spiel dann zu Ende nach sieben Runden. Hier unsere Forschungsleisten. Auf die gehe ich auch nochmal ganz kurz ein. Das hier sind im Prinzip die Minimum-Specifications. Da komme ich gleich noch drauf und wir legen unseren Marker hier auf das Startfeld. Das hier ist der Obsoleszenzmarker. Das heißt nichts anderes, als dass diese Leiste nach dieser Runde entfernt wird und eine weitere Leiste von den anderen, die ich schon bereitgelegt habe, hier angelegt wird. Ich habe das Spiel hier mal für drei Spieler aufgebaut. Hier sieht man die ganzen drei verschiedene Marker. Und dann beginnt auch schon Phase 1. Phase 1 ist die Forschungsphase. Und je nachdem, wie viele Forschungsbüros die Spieler in ihre Fabrik gebaut haben, hier ist 1 natürlich am Anfang, so viele Forschungsmarker dürfen sie von sich oder von ihrem Gegner nach vorne setzen. Sie dürfen sich allerdings auch dafür entscheiden, hier in der Herstellungskapazität nach vorne zu gehen. Hier dürfen sie allerdings nur ihren eigenen Stein nach vorne setzen. Macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn, seinen eigenen Stein nach vorne zu setzen. Ja, ganz logisch. Also, Spieler Blau ist hier in der Engineers-Leiste ganz weit vorne und damit sagt Spieler Blau sich, okay, ich fange hier an, um hier zu forschen. Spieler Gelb ist Platz 2 und sagt sich, ich mache hier bei meiner Kapazität ein bisschen was. Und Spieler Rot sagt sich, ich forsche einfach hier. Man braucht sich bei dem Forschen übrigens nicht auf diese Ingenieurs-Leisten hinbeziehen. Man kann auch die Ingenieurs-Leisten weiterforschen. Die abseits des Spielplans liegen, die kommen hier auch noch rein. Und dann habe ich ja eventuell einen Vorteil, wenn die hier reinkommen. Ganz interessant ist auch, hier momentan ist ja Blau auf der Ingenieurs-Leiste ganz vorne. Blau kann Patente von anderen Spielern nutzen. Und das funktioniert so, dass Spieler 1 hier die Patente von allen Spielern benutzen darf. Das heißt, je nachdem, wo die vorne sind in der Forschungsleiste, darf alles benutzt werden und darf nachher reingepuzzelt werden in seine Fabrik. Spieler 2 darf Patente benutzen, die von mindestens zwei Spielern erforscht wurden. Spieler 3 darf dann die Patente benutzen, die von drei Spielern benutzt wurden. Spieler 3 sage ich jetzt, weil er hier auf 3 bei der Focus auf Engineering liegt. Nachher bei Sales würde dieser Spieler vielleicht bei 1 sein. Eine Sache noch zu dem Versetzen der Forschung. Selbst wenn wir hier viele Forschungsbüros und unsere Fabrik haben, ist es uns nicht erlaubt, den gleichen Forschungsmarker zweimal zu bewegen. Wir können natürlich hier verschiedene Dinge tun, aber den gleichen dürfen wir nicht bewegen. Auch nicht, wenn es ein fremder Marker ist. Wenn wir allerdings selber so einen Marker bewegt haben und jemand anderes entscheidet sich noch, diesen Marker nochmal weiter hochzunehmen, dann kann er das natürlich in der gleichen Runde tun. Das ist erlaubt. Wir selber dürfen es nicht. In Phase 2 wird der Fokus gesetzt. Und das entscheidet ja, wann wir in welcher Phase dran sind. Und wie machen wir das? Das hier ist ja unsere Gantleiste. Und je nachdem, wie viele Punkte wir auf dieser Gantleiste haben, ich habe ja schon mal gesagt, das entscheidet sich dann im Spiel, wie viele Planungsbüros wir haben, wo wir da lernten im Spiel, kommt in einer späteren Phase noch. So viele Punkte können wir einsetzen und das bestimmt auch den Start unseres Gebots. Wir bieten also auf unseren Startplatz hier. Der Spieler mit dem höchsten Gantleistenwert hier fängt an. Also Blau sagt, okay, ich biete meine 3. Ich kann übrigens nicht weniger bieten. Wenn ich was biete, dann ist es danach auch weg. Also dann kann ich sagen, ich biete 2 von 3 oder so. Er bietet 3. Und damit ist er sowieso schon der Höchstbietende, weil der Nächste hat 2 und wird hier auf die 1 gesetzt. Der blaue Marker kommt hier auf die 0. Spieler 2 sagt, okay, ich möchte gar nicht unbedingt hier in der Mitte sein. Ich möchte gar nicht meine 2 bieten. Ich passe. Man kann nur einmal passen. Man kann nicht wieder einsteigen in dieses, ja, bieten ist es ja nicht wirklich so richtig. Aber nun gut, man kann nicht wieder einsteigen. Und damit bleibt dieser gelbe Marker hier liegen und hier passiert erstmal gar nichts. Dann sagt Spieler Nummer 1, ja, ich möchte gerne hier auf die 2. Würde er jetzt auch passen, wird das hier einfach nach oben geschoben werden und die Spielereinfolge bleibt gleich. Er möchte aber hier auf die 2 und sagt, ich biete meinen einen Gantwert hier an und komme auf die 2. Er hat wie gesagt gepasst und kommt automatisch auf die 3. Hat nun aber natürlich den Vorteil, dass er hier schon ein bisschen was hat und in der nächsten Runde vielleicht mehr zuschlagen kann hier, wenn er unbedingt hier irgendwo sein möchte. Man muss übrigens auch nicht sagen, wenn ich hier meine 3 aufbiete, ich gehe auf die 1, sondern man kann auch die 3 aufbieten und sagen, ich möchte unbedingt an die 3, weil ich zuerst vielleicht verkaufen möchte. Hier sehen wir unsere Fabrik also im Anfangsstadium und in dieser Phase wollen wir sie natürlich ausbauen. Wir haben Zugriff zu verschiedenen Technologien, wie ich das ja schon in der Forschungsphase erklärt habe. Und jetzt erkläre ich euch mal ein bisschen die Puzzle-Regeln. Zunächst einmal, diese Teile hatte ich schon am Anfang gesagt, könnten wir am Anfang auch irgendwie so gelegt haben. Die müssen nicht an diese Ladezone hier angrenzen, aber ich habe sie jetzt mal hier platziert. Das ist ja unsere Forschungsstation, hier unser Forschungsbüro, unser Planungsbüro. Und wir könnten tatsächlich jetzt auch weitere Forschungsbüros hier hinbauen. Aber warum das vielleicht am Anfang nicht 100% sinnvoll sein könnte, das werden wir gleich sehen. Denn wir wollen ja eigentlich erstmal ein Auto bauen und dafür brauchen wir eine Produktionslinie. Und das ist jetzt unsere Produktionslinie. Die lege ich jetzt hier mal so angrenzend an, denn die muss angrenzend zu dieser Ladezone hier sein. Später bekommen wir weitere Ladezonen hinzu. Da können wir dann noch ein bisschen flexibel reagieren, aber das ist erstmal wichtig. Was so eine Produktionslinie noch braucht, ist ein Händler. Baue ich mal hier ran. Dass das jetzt beides hell ist, hat nichts zu sagen. Das ist jetzt Zufall. Ich könnte es auch hier hinbauen. Den Händler muss auf jeden Fall in die Produktionslinie angrenzenden Händler. Dieser hier ist der Detroit Händler. Und jetzt brauche ich natürlich meine Spezifikationen, die ich mir durch die Forschung und durch meinen Fokus auf das Engineering freigeschaltet habe. Ich habe ja Zugriff zu beiden Forschungen, nämlich zu dieser hier und zu dieser hier. Und das werde ich jetzt mal folgendermaßen anbauen. Ich setze das hier so ein bisschen ran. Ja, warum ist es eigentlich wichtig, dass ich das alles so versetzt anbaue? Ja, hier zum Beispiel möchte ich ja dieses C-Plättchen noch ranbauen gleich. Darauf komme ich ja gleich zu sprechen. Ich lege erstmal den Modifikationsindikator hier hinlegen. Und dann baue ich mal dieses C an. Das Problem wäre jetzt natürlich, hätte ich das hier ein bisschen weiter nach oben gebaut, dann hätte ich ja gar nichts mehr mit C ranlegen dürfen, denn ich darf hier nicht reinpuzzeln in diese Ladezone. Das heißt, kommen wir da wieder hin. So, das ist alles ein bisschen Fummelei. Das stimmt schon. Und wir brauchen jetzt auch diesen Indikator hier. Das heißt, der muss ja nicht unbedingt auf die 1 zeigen. Macht er hier auch nicht. Er zeigt mir nur an, dass dieser Händler hier Zugriff auf Autos mit diesen Spezifikationen hat. Das brauche ich auch nicht immer wieder neu abzählen. Das mache ich ja durch diese Würfel. Die kommen in der nächsten Phase allerdings erst rauf. Ich kann es allerdings schon mal hier hinlegen. Da sehe ich ganz genau hier. Habe ich hier eine 1. Da habe ich hier einen Würfel. Habe ich hier eine 1. Habe ich hier einen Würfel. Hätte ich später irgendwas hier mit einer 2 zum Beispiel, wäre ich da mit der Forschung weiter, dann würde ich da einfach zwei blaue Würfel hinlegen. Das summiert sich im Übrigen nicht auf. Das heißt, hier 1 plus diese 1, das sind dann nicht 2, das sind dann nicht 3, sondern man nimmt das Höchste. Und da habe ich hier zwei Würfel. Ja, ich muss also auch aufpassen, dass ich immer überhaupt legen kann. Man sieht das hier schon. Hier ist es ganz knapp. Hätte ich jetzt in geistiger Umnachtung oder so das so gemacht, dann, ja, wo soll ich das jetzt noch hinlegen? Geht nicht. Wichtig ist tatsächlich auch, dass hier weitergebaut werden kann. Das heißt, ich habe in hoffentlich weiser Voraussicht schon auf die Plättchen, die mir überhaupt zur Verfügung stehen, geschaut und sehe tatsächlich, hier sind noch längliche C-Plättchen da. So ein großes wie zum Beispiel dieses hier oder so gibt es gar nicht. Also wie dieses, ich sage es nochmal genau, für C. Das heißt, ich kann hier locker weiterbauen und dieser Modifikator, dieses kleine Pfeilchen hier, das dient mir als Verbindung. Ich muss also immer eine Verbindung zu dem C aufbauen können. So, dann am Ende, wenn ich fertig gepuzzelt habe, ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier wird nichts mehr hingelegt, lege ich ein weiteres Fabrikteil daneben. Das ist ja auch so ein kleiner Rundenindikator, in welcher Runde wir sind und kann dann beim nächsten Mal dort weiterbauen. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, ich baue, also ich könnte sagen, ich baue hier bei B weiter. Das hier wird noch weiter spezialisiert, das Auto. Ich könnte aber auch folgendes tun. Und ich könnte einfach dann vielleicht mit einem LKW weitermachen und das hier vielleicht dann so hinlegen. Und dann habe ich dann halt wieder für C eventuell hier etwas, was ich da bauen kann. Das Ding hier, das gilt auch, also die Batterie geht auch für den LKW zu benutzen und würde dann einfach hier weitermachen. Und dieser Händler, der kann dann, der Detroit-Händler kann mit seinen Fenstern, mit seinen Marktfenstern, auf die ich gleich noch zu sprechen komme in der nächsten Phase, dann halt LKWs verkaufen und diese Autos hier. Wenn dann irgendwann ein Auto verkauft wurde, werden übrigens die Autos immer hier raufgelegt. Das ist auch noch ganz wichtig, damit ich sehe, wie viele Autos ich verkauft habe, ob ich überhaupt schon an meiner Kapazität dran bin. Ja, so wird dann gepuzzelt. Ich glaube, ich muss gar nicht großartig sagen, dass ich nicht so puzzeln darf oder hier rüber bauen darf oder hier quer rüber bauen darf. Das steht alles auch noch in der Anleitung drin. Aber das erklärt sich, glaube ich, von alleine das Ganze. So, da sind wir jetzt wieder hier. Das hier ist angebaut. Das lege ich hier jetzt mal da ran. Dann habe ich hier noch meine Marketingabteilung und das gibt mir ein größeres Marktfenster dann beim Verkaufen. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich habe die Marktfenster beim Aufbau immer gezeigt. Aber wie viel Platz so ein Marktfenster einnimmt, das muss halt immer an einem Händler liegen, das ist schon eine Menge. Da kann ich viele Teile verbauen. Da muss ich mir also ganz genau überlegen, wo ich die hin platziere. Wenn ich die jetzt zum Beispiel hier schon, kann ich nichts mehr bei A hinlegen. Hier müsste ich noch ein weiteres Fabrikteil haben. Ist also viel. Und ihr seht schon, hier kann man sich ordentlich verpuzzeln. Man sollte wirklich darauf achten, dass man so ein bisschen von hinten denkt. Was möchte ich eigentlich insgesamt dort haben und auch in Zukunft dort haben und was habe ich für Teile zur Verfügung? Weil man kann hier ganz schnell in eine Sackgasse geraten und dann ist man eigentlich schon hinten ran und man ärgert sich nachher einfach unnötig. Haben wir unsere Fabrikpuzzlei beendet, dann werden diese Marke nach unten auf die historische Fokusleiste gesetzt. So kann man übrigens auch anzeigen, dass man fertig gepuzzelt hat und die anderen wissen Bescheid. In Phase 4 werden die Verkaufsbroschüren gedruckt. Und in dieser Phase passiert eigentlich hauptsächlich Verwaltung. Zunächst einmal wird geschaut, wie viele Gant-Punkte man hat. Und das hängt davon ab, wie viele Planungsbüros man hat. Und die Spieler oder Spieler Blau hat hier ein Planungsbüro. Das heißt, er bekommt hier einen Punkt. Spieler Gelb hat sich auch für ein Planungsbüro entschieden. Und Spieler Rot hat auch ein Planungsbüro. Das heißt, wir haben hier auf diesem Feld hier einen kleinen Gleichstand. Da müssen wir ein bisschen stapeln. Danach wird geschaut, welche Autodaten wir haben. Und das heißt eigentlich, welche Spezifikationen wir an unserer Produktionslinie haben. Und das wird anhand dieser kleinen Würfel hier gezeigt. Und das bedeutet, das sind Spezifikationen, die unser Auto besitzt. Die werden dann auf unseren Händler gelegt. Das heißt, unser Händler in Detroit hat diese beiden Spezifikationen an seinen Autos, die er verkauft. Und das sieht man hier an diesen Spezifikationsindikatoren. Die zeigen nämlich hier an 1 und 1 und sind zwei solche Würfel. Das heißt, Autos, die diesen Spezifikationen gerecht werden, werden verkauft werden können. Natürlich immer anhand der Kapazitätsleiste, wo wir uns gerade befinden. Dann wird geschaut, welche Marktreichweite haben wir eigentlich. Wir haben hier keinen Marketing-Experten. Das wären ja diese kleinen Zeitungen, die wir angegebaut hätten. Dafür haben wir einfach noch gar keinen Platz in unserer Fabrik. Und da wir keinen haben, haben wir ein kleines Fenster. Und blau hat sich jetzt ja für Detroit entschieden. Und damit haben wir hier ein kleines blaues Detroit-Fenster. Das legen wir so hin, dass jeder es auch wirklich sieht, was wir dort liegen haben, damit die anderen schon mal so ein bisschen planen können, was sie eigentlich gleich und wo sie es verkaufen können. Das ist also keine geheime Information. Und jetzt wird verkauft. Wir schauen uns also an, was für Autos können wir verkaufen. Wir sehen jetzt hier zwar gerade das gelbe Bord nicht, aber wir sehen, dass hier gelb eigentlich bei beiden bei Null ist. Das heißt, hier haben wir auch alle Null liegen. Das wäre hier 1 und 2 und 3. Das würde dem hier auch entsprechen, wie viele von diesen Spezifikationen wir haben. Und damit kann Gelb im Prinzip nur hier verkaufen, ist aber zuerst dran, weil er auf der Sales-Leiste hier ganz rechts liegt, darf also zuerst verkaufen und legt sich jetzt mal hier Mannheim, das wird Mercedes sein, sieht man noch an den Sternen, hier an und darf dann sein Pkw verkaufen. Das heißt, er nimmt diesen Pkw weg und legt ihn auf die entsprechende Stelle seines Boards, nämlich auf die Produktionslinie. Ja, und Gelb hat natürlich auch Geld eingenommen, nämlich 6, was auch immer, Geld, geht hier entsprechend vor. Jetzt kommt Rot, ist hier auf Platz 2 der Fokus-Leiste für Verkäufe und sagt sich, ich verkaufe hier. Er kann tatsächlich auch nur noch hier dieses Auto verkaufen, denn er ist hier ja gar nicht so weit fortgeschritten. Hier müsste er auf 1 sein und er ist hier auf 0. Er kann auch nicht dieses Patent benutzen, da er ja hier auf der zweiten Position ist. Aber gar kein Problem, er kann dann noch dieses Auto hier verkaufen und zwar auch für 6 Geld. Und dann kommt Blau letztendlich. Blau hat hier natürlich auch geforscht und hat hier die entsprechenden Spezifikationsindikatoren auf seinem Brett liegen und kann dann dieses Auto auch für 6 verkaufen. Ich möchte nochmal ein kleines Beispiel geben. Er könnte natürlich auch ein Auto verkaufen, was sich hier befinden würde, denn er hat momentan ja das Patent und dieses Auto hat halt diese Spezifikation hierfür. Das wird übrigens niemals von der Fabrik wieder weggenommen. Verliert er hier also bei M-Linie den ersten Platz, bleibt das auf der Fabrik liegen. Einmal erforscht sozusagen oder angebaut an die eigene Produktionslinie, bleibt es auch da. Na gut, er hat dieses Auto aus diesem hier verkauft und bekommt dementsprechend auch 6 Geld. Also momentan ist es hier tatsächlich ein Gleichstand. Ja, wird sich aber natürlich im Laufe des Spiels ein bisschen verändern. Wenn das alles passiert ist, dann nehmen die Spieler ihre Marktfenster wieder runter. Steht nicht explizit in der Anleitung, meine ich, aber habe ich mal bei BGG vom Designer gelesen. Also vertrauen wir dem mal, der muss es ja wissen. Von daher alles wieder runter und das war es dann mit der Verkaufsphase. Wobei, noch nicht ganz. Ich möchte euch noch eine kleine Sache erzählen, nämlich diese Fenster hier, die können auch durchaus überlappend hier liegen. Und selbst wenn Blau nachher noch eine weitere Produktionslinie hat mit Marketinganschluss, zum Beispiel in Kansas City, könnte es tatsächlich auch so aussehen. Ihr seht schon, das wird ein bisschen verwirrend, besonders wenn jetzt noch die anderen Farben dazukommen. Zum Beispiel, Rot sagt sich, ich möchte jetzt hier hin. So, dann muss man schon genau schauen, wo hört eigentlich das eine Quadrat hier auf, wo fängt das andere an und so. Kann man hier vielleicht ein bisschen versetzt legen. Aber dann sind das hier die Verkaufsfenster, in denen hier die einzelnen Autos verkauft werden. Hier wird es vermutlich dann auch so sein oder in anderen Feldern, dass mehrere Autos da sind. Es wird aber immer alles verkauft, was verkauft werden kann. Also, kann ich hier eine Kapazität von 2 verkaufen und hier liegen zwei Autos drin, dann werden diese beiden Autos auch von mir verkauft. Bitteschön, hier sowieso, weil ja nur ich hier liege. Aber hier wäre es dann zum Beispiel so, alles wird anhand der Kapazität verkauft. In Phase 6 wird einfach geschaut, ob das Spiel zu Ende ist. Sollte dieser Stechuhrmarker hier schon umgedreht auf der 1 liegen, dann ist das Spiel jetzt sofort zu Ende. Denn wenn die Stechuhrmarker hier herkommt und die 1 erreicht, dann wird sie umgedreht. Kann also früher schon mal passiert sein. Ja, das Spiel endet sofort. Wer am meisten Geld erwirtschaftet hat, der gewinnt. Ein anderes Ende wäre natürlich noch, das habe ich eben schon beim Aufbau erzählt, wenn kein Fabrikhalenteil mehr angelegt werden kann am Ende der Puzzlephase. Nun kommt Phase 7. Die Erwartungen werden weiterentwickelt. Das heißt, dass diese Forschungsleiste hier, die diesen Obsoleszenzmarker hat, aus dem Spiel genommen wird, na, zumindest vom Spielbrett weggenommen wird. Und hier wird der rote Marker rausgesucht und auf Speed 1 gelegt. Das heißt, dass ab jetzt kein Auto mehr verkauft werden kann, dass nicht mindestens hier eine Forschung weit fortgeschritten ist. Das heißt, hier werden andere Spieler ein bisschen unter Zugzwang gesetzt, dass sie weitermachen. Außerdem wird dieser Holzpöppel, diese Holzleiste hier nach vorne gesetzt. Hier wird also dieses weggenommen und dann wird geschaut, welche Leiste als nächstes kommt. Und das ist die oberste Leiste, wenn Gleichstand ist. Wir nehmen jetzt mal die oberste Leiste, Range. Wenn da kein Gleichstand gewesen wäre, dann wird geschaut, ich baue hier mal was auf, wo am meisten Punkte sind. Hier wären drei Punkte. Eins, zwei, drei Punkte in der Forschung. Und ja, so wird das dann gezählt, wo hier am meisten Punkte sind, bei welcher Leiste. Die wird dann einfach genommen. Außerdem, allerdings, jetzt sehe ich das nochmal zurück, weil so weit hat noch gar keiner geforscht hier, wird dieser Obsoleszenz-Marker dann hier hingelegt. Man kann es auch hier einmal so verschieben oder so verschieben, geht natürlich auch. Aber das zeigt an, dass als nächstes, in der nächsten Runde, diese Leiste vom Board weggelegt wird. Dann wird die andere Leiste wieder neben dem Board platziert, also abseits des Boardes, so dass sie noch zu sehen ist, aber jetzt nicht mehr direkt im Spiel ist. Wie gesagt, man kann auch an diesen Leisten forschen. Deswegen sollte man da auch immer einen Blick drauf haben. Und jetzt wird auch klar, was diese Leisten hier bedeuten. Sobald die rote Leiste wieder reinkommen würde, und wir haben hier eine Mindestkapazität, Mindestspezifikation von 1, dann würde, und die würde hier liegen, würde es natürlich hier rüber wandern. Und hier wäre im Prinzip das Feld für die Spezifikation 1. Und hier könnten diese Autos verkauft werden, denn diese Autos wären dann gar nicht mehr möglich. In Phase 8, Nachfrage erhöhen, sorgen wir für neue potenzielle Käufer auf dem Markt. Und das tun wir, indem wir Karten ausspielen. Wir haben alle ein Kartendeck und wir dürfen Karten ausspielen, je nachdem, in welcher Spielrunde wir uns befinden. Haben wir also Spielrunde 1, dürfen wir Karten ausspielen, die hier links unten so eine kleine 1 auf sich haben. Diese Karten werden verdeckt neben einen Quadranten gelegt, den ich jetzt in dieser Phase nutzen möchte, wo neue Nachfrage generiert werden soll. Spieler Blau entscheidet sich hier für Quadranten 1, Spieler Rot für Quadranten 2 und Spieler Gelb auch für Quadranten 1. Und dann wird je nachdem, wo wir uns auf der Fokusleiste befinden, in Spielereihenfolge umgedreht. Wir haben hier ja Blau immer noch als erstes und somit dreht Blau die Karte zuerst einmal um und dann wird hier ein Spark platziert. Spark, das sind Nachfrageplättchen, die uns jede Runde neue Käufer hier bescheren. Ja, Gelb und Rot, wobei die Reihenfolge hier gar nicht so von Belang ist, weil wir eh schon alle Karten gelegt haben. Wir würden hier noch ein Spark platzieren, dann kommen die beiden hier schon mal weg. Und hier haben wir einen Sportwagen-Spark, also eine Nachfrage in diesem Quadranten. Das wäre dann dieses Feld hier. Daraufhin werden hier, wo die Nachfrage vorhanden ist, die Autos platziert. Das heißt, hier sind dann potenzielle Käufer. Hier haben wir zwei Autos. Und wenn diese Autos gekauft werden, diese Sparks bleiben wirklich über die Runden hinweg liegen. Und zu beachten ist auch noch, dass nicht mehr als vier Autos auf so einem Verkaufsfeld hier liegen dürfen. Dann, wenn alle damit durch sind, werden neutrale Karten gezogen. Und es werden immer zwei Karten weniger gezogen, als Spieler mitspielen. Wir haben hier für drei Spieler aufgebaut. Das heißt, eine Karte wird hier pro Quadrant gezogen. Das heißt, hier haben wir im Quadrant 1 ein Auto. Hier werden keine Sparks platziert, sondern direkt Käufer. Wir haben hier für Quadrant 2 auch nochmal ein normales Auto. Also, legen wir hier hin. Dann haben wir für Quadrant 3 wieder ein normales Auto. Und am Ende werden dann die Preise festgelegt, die neuen. Das geht von hier aus los, von Quadrant 4 bis hier rüber, anhand dieser unterschiedlich stark gefärbten Flächen. Hier haben wir also in diesem Gebiet 6 Dollar für ein Auto. Das würde also 6 Dollar im Verkauf bringen. Und dieses hier tatsächlich auch. Plus, natürlich bei dem Sportwagen, plus 2, also insgesamt 8 Dollar. Beim nächsten haben wir hier also 4 Dollar für diese Reihe hier. Die beiden Autos würden 4 Dollar bringen. Und diese würden insgesamt noch immerhin 3 Dollar bringen. Hier natürlich wieder dann plus 1, 4 Dollar für ein Auto. Und wenn das geregelt ist, dann beginnen wir wieder mit Phase 1. Ja, das waren die Regeln zu Horseless Carriage. Ich will mich gar nicht so über das Spiel jetzt selber auslassen. Zu dem Material und sowas alles. Das kommt ja noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mit anfangen. Und wir sehen uns beim nächsten Gespielt Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.